Hallo, mein Name ist Jan Geißler, ich bin seit zwölf Jahren CML-Patient. Sie werden sich sicherlich wundern, wie ich als CML-Patient hier so auf dem Flughafen ständig unterwegs sein kann. Ich werde Ihnen ein bisschen was über meine Geschichte erzählen. Vor zwölf Jahren, im Alter von 28 Jahren, wurde bei mir damals chronische myeloische Leukämie festgestellt. Es war natürlich ein Riesenschock, vor allem, weil damals die heutigen Therapieoptionen noch nicht verfügbar waren. Im lokalen Kreiskrankenhaus riet man mir zur Transplantation. Ich habe mich damals bei fünf Ärzten erkundigt, die alle unterschiedliche Meinungen hatten. Ich hatte das Glück, dass ich sehr gut Englisch sprach. Und über den Weg kam ich mit jemandem in Singapur in Kontakt, die sich alle Publikationen aus der Fachwelt zu Neuigkeiten aus der CML-Therapie auseinandersetzte. Und die hat damals berichtet über eine Publikation in Amerika, über ein neuartiges Medikament, das heute zum Standard zur CML-Therapie gehört, aber damals noch nicht verfügbar war. Und über den Weg habe ich damals 400 Kilometer entfernt eine kleine Phase, zwei Studien in Mannheim gefunden, an der ich teilnehmen konnte. Ich fuhr dann also jede Woche 800 Kilometer, um an dieser Studie teilzunehmen. Und das ist vielleicht einer der Gründe, warum ich heute hier bin. Die Therapie sprach sehr gut an. Ich hatte sehr viel Glück. Und gleichzeitig waren die Nebenwirkungen erträglich. Ich hatte sehr viel Muskelkrämpfe, ich hatte Hautausschläge. Mir war zum Teil übel. Aber nach wenigen Wochen hat sich das Leben eigentlich normalisiert. Und abgesehen von der Angst, die eine Krebsdiagnose immer hat, egal ob heute oder früher, hat das eigentlich alles sehr, sehr gut geklappt. Heute fühle ich mich sehr gut. Ich bin seit nahezu elf Jahren in sehr, sehr guter molekulare Emission. Insofern sehe ich auch der Zukunft sehr positiv entgegen. Weil wenn das, was ich heute tue, vielleicht bei mir irgendwann nicht mehr wirken sollte, dann gibt es weitere Optionen, auf die ich baue. Weil ich das Glück hatte, gut Englisch zu sprechen, habe ich mir damals gedacht, warum sollte ich nicht die Informationen, die ich für mich selbst sammle, über die neuen Möglichkeiten der CML-Therapie, auch auf Deutsch auf einer Online-Plattform bereitstellen. Ich habe dann damals Leukämie Online gegründet, als Online-Plattform, um Informationen aus den klinischen Studien und die Ergebnisse von den amerikanischen und den europäischen Krebskongressen zu übersetzen und im Internet bereitzustellen. Das wurde sehr bald populär und sehr viele CML-Patienten sind sehr schnell aktiv geworden auf der Plattform, um sich auszutauschen. Es bestand ein unglaublicher Informationsbedarf über die Ergebnisse aus den Studien. Sehr schnell merken wir aber als Patientenvertreter, dass wir uns international vernetzen müssen. Und so haben wir damals das CML Advocates Network gegründet, damals mit vier Gruppen und heute in 63 Ländern, weil wir gemerkt haben, die Forschung, die Industrie, auch die Regulierung arbeitet international und deswegen müssen wir zusammenarbeiten. Ich engagiere mich deswegen heute sehr stark auf internationaler Ebene. Ich habe damals auch gesehen, dass wir die Gesundheitspolitik in Brüssel beeinflussen müssen. Ich war Mitgründer eines internationalen Netzwerks von Krebspatientengruppen in Brüssel und beruflich bin ich heute aktiv für die European Patients Academy. Das ist ein öffentlich gefördertes Projekt, das Patienten weiterbilden möchte als Partner in der klinischen Forschung. Wir bekommen unsere Informationen vor allem von den Fachkonferenzen, von der American Society of Hematology, vom European Hematology Association, von den Jahreskonferenzen. Wir nehmen dort an wissenschaftlichen Programmen teil und schreiben dann auch einen Bericht, der mittlerweile auch in zehn Sprachen übersetzt wird, wo wir berichten aus Patientensicht, was am wichtigsten ist in diesen Studien. Und es wird mittlerweile nicht nur von Patienten gelesen, sondern auch von Ärzten, von Pflegekräften, weil es einfach in den jeweiligen Sprachen die Zusammenfassung ist, was denn an wichtigsten Dingen bei den Studien rauskam. Aber wir sind mittlerweile auch auf diesen Konferenzen als Referenten bei der European Hematology Association, Jahreskonferenz, waren wir die erste Patientengruppe jemals, die dieses Jahr im wissenschaftlichen Programm die Ergebnisse unserer Therapietreuel-Studie vorstellen durfte. Und wir haben jetzt gerade eben die Nachricht bekommen, dass wir auf dem ASH die Ergebnisse unserer eigenen Studie auch in der Poster-Session vorstellen dürfen. Insofern, wir sind mittlerweile anerkannt, auch als Teil der wissenschaftlichen Community als Patienten beizutragen. Und darauf sind wir stolz und das ist toll. Insofern, ich bin international sehr aktiv und deswegen auch sehr viel hier auf dem Flughafen unterwegs, weil man kann zwar viel übers Internet machen, aber manche Dinge können einfach nicht ersetzt werden, wie zum Beispiel persönliche Treffen mit Menschen. Wie Sie sehen, kann man mit CML ein fast normales und ganz aktives Leben führen. Und glauben Sie mir, ich bin nicht der Einzige. Dieses Buch ist ein wunderbares Beispiel dafür, dass 16 Patienten heute mit CML ein ganz normales, aktives Leben führen. Noch vor 15 Jahren war dies undenkbar für viele Patienten. Und heute leben Patienten mit CML ein ganz normales Leben, so wie ich. Ich habe die CML auch als Chance begriffen, als Chance für mich, selbst die Dinge in die Hand zu nehmen, aber auch als Chance, anderen Patienten zu helfen. Denn ich kümmere mich täglich darum, dass sich Patienten auf Leukämie online in Deutschland oder auch europaweit austauschen können. Denn es ist ganz wichtig, dass Patienten Zugang zu Informationen haben. Ich kümmere mich darum, dass Patienten im Mittelpunkt stehen. Denn sie müssen mit ihrem Arzt alle Themen adressieren können, die sie auch bewegen. Dazu zählt der Umgang mit Nebenwirkungen, die Lebensqualität, psychologische Themen, der Umgang mit dem Leben mit Krebs. Aber natürlich auch viele medizinische Themen. Funktioniert meine Therapie? Funktioniert sie nicht? Funktioniert sie adäquat? Was bedeuten die Laborergebnisse und ähnliche Dinge? Die Patienten müssen vollständig informiert sein, damit sie sich sicher fühlen, dass sie das Richtige tun und dass sie auch wissen, was zu tun ist, wenn es nicht so richtig läuft. Was ist die Situation für CML-Patienten? Als bei mir vor zwölf Jahren CML diagnostiziert wurde, war die Situation für CML-Patienten fundamental anders als heute. Wir sind in der glücklichen Lage, dass es heute fünf zugelassene Therapien für CML gibt. Weil für bestimmte Fälle, wenn Patienten unter bestimmten Nebenwirkungen leiden oder auf die existierende Therapie nicht ansprechen, gibt es eine weitere Option und für manche Patienten ist es vielleicht die einzige Hilfe. So, ich muss jetzt weiter. Ich hoffe, ich konnte vermitteln, wie mein persönliches Kunststück im Leben mit CML aussieht und auch vermitteln, was uns Patienten besonders bewegt. Helfen Sie mit, das Leben von Krebspatienten zu verbessern und für uns CML-Patienten etwas zu tun. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.